Guten Morgen, ich sitze hier im LT, weil der Mini ist ja in München geblieben und ich fahre jetzt ins Büro ohne Essen. Wir sind hier im Regionsbüro und ich esse jetzt ein schönes Brötchen mit Goudakäse und wir haben hier gerade keine Lahnverbindung. Total blöd, jetzt arbeiten wir hier mit Hotspot. Betriebsrat, hier das Lachen im Hintergrund, unverwechselbar, hat uns gerade Ostereier als Schaumküsse geschenkt. Leute, was gibt es Schöneres als vier Toastbrot schnitten mit leckerem Rührei im Bett. Bis zum nächsten Mal.